Klaranett, da gefällt mir am besten, dass sich das Unternehmen immer weiterentwickelt, stabil dabei ist und den Fokus auf Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit legt. Mir gefällt definitiv am besten bei Klaranett das Team. Wir sind ein außerordentlich bunter Haufen, nicht nur über die Gruppe hinweg, sondern auch in Deutschland. Das heißt, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Gemüter und trotz dieses bunten Haufens arbeiten wir mega harmonisch und kreativ miteinander. Klaranett ist ein sehr freundliches und hilfliches Umgebnis. Es hat viele kreative und smarte Menschen, die mit arbeiten. Es hat viele technologische Technologien lernen und es ist sehr schön, in Klaranett zu arbeiten. Was mir am besten an Klaranett gefällt, die Zusammenarbeit, das Miteinander und das gemeinsame Ziele zu erreichen. An der Klaranett gefällt mir am allerbesten, dass Azubis von Anfang an in das Tagesgeschehen mit eingebunden werden und somit auch Verantwortung übernehmen. Man hat ein sehr umfangreiches und abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Man ist nicht einfach nur eine Nummer im Unternehmen, man kann viel bewegen und man hat tolle Kollegen, mit denen man auch nach der Arbeit mal was machen kann. Die Kollegen, die Kollegen und die Arbeitsatmosphäre gefällt mir am besten. Wir haben alle modernes Equipment bekommen zum Arbeiten. Wir haben hier einen Kreativraum, machen regelmäßig Grillfeste oder haben eine Weihnachtsfeier und gehen auf Team-Events. Und das macht das Arbeiten bei Klaranett sehr angenehm. Mir gefällt sehr viel bei Klaranett. Das Beste, ich würde da keine Highlights nennen, nach dem Motto Top 1, Top 2, Top 3. Natürlich ist es klasse, die Kollegen national und international, es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber auch die Flexibilität von Klaranett und die Agilität, sich auf neuere Gegenweiten einzulassen, das ist das Entscheidende. Ja, wir brauchen oder wir sind und brauchen Allrounder und das Coole dabei ist, dass bei uns der geile Scheiße abgeht. allgemeiner Herr